Grundlich haben wir den guten Insider zwischen uns beiden, den ich gleich machen kann. Ach nee. Bis gleich. Okay. Ah, fuck, da geht nicht mehr hin. Aber wenigstens passt das. Gott, die... Oh mein Gott. Was soll denn die Scheiße? Warum bin ich das Opfer, dass Bitjobsens Next Topmodel ist? Das wird wieder so verunschaltet wie das Letzte, wo es Jordan war. Okay, aber... So, wie zeichnen ich jetzt Heidi? Ja, wieder so Stöckelschuhe an wie das Letzte Mal. Ich weiß nicht, ob er das Letzte Mal Stöckelschuhe hat. Ich weiß. Allerdings gesagt nicht mehr. Das ist aber ein souveränes Dreieck, würde ich sagen. So würde ich das nennen. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt damit anfangen will. Aber ich habe das souveränes Dreieck gezeichnet. Ahem. Das ist so schlimm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, ob die blond ist. Das sieht doch schlecht aus als beim letzten Mal. Oh. 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 Ich bin nicht zufrieden damit, aber es ist in Ordnung, ich glaube das kann man sagen. Ich habe gerade bei Gartic Phone tatsächlich jegliche ... Ach so ... Ich habe gerade einen Stuhl bestellt und er hat vor ein paar Wochen schon kommen sollen. Es hätte heute auch schon kommen sollen, aber es sind wir noch nicht gekommen. Blauer Schmack und glaube es gab so ein Samplemitsch. Sicher Apfel! Hat der einen Ruppenstrohhalm? Ich weiß es nicht mehr. Für mich ist der Stroh mit Rot. Wie random ist das denn? Apfel-Send-Sprits! Hier die Brotscheibe. Bisschen drauf, Salat. Und ein bisschen Schenken. Und ein bisschen Käse. Wieder ein bisschen Salat. Da wird dann jetzt die Soße drauf kommen und die Soße darf nicht in direkten Kontakt mit dem Käse sein. So was beißt man halt. Und jetzt hier wieder das Rage in Zeichen. Nein! 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 Nein, das stimmt. Komm, zieh'n Strich. Okay, passt so. Passt so, würde ich sagen. Klau-Masch-Pakko-Klau-Apfel-Sandwich. Sicher Grotzi-Klau-Apfel-Sandwich. Und mich hättest du erst bekommen, wenn mich hier nicht immer blau zeichnet. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, ich weiß, was ich... Boah, ich bin gespannt, was bei Palmen rauskommt. Hallo, meine Freunde. Ich bin echt gespannt, was da jetzt rauskommt. Also ich sag mal so, ich hab was gesehen und ich hab eine Sache gesehen, ne? Und ich hab instant gedacht, das hat Flaschi geschrieben. Ich hab eine Sache gesehen und bin mir sicher, dass du das geschrieben hast. Was denn? Ne, jetzt komm, jetzt gehen wir erstmal in die Runde ran. Okay, was hab ich denn? Oh, falls du hinterkommst lau... Geräuschtest du lautst am Scheiß-Zang, dann mach ich Fans dazu. Alles gut, ich hab Fans von Ventura. Grotzi hat ein Schwier-Sandwich aus Apfelsküche geklaut. Was? Was? Grotzi, so hat das angefangen, okay. Ich dachte, Keks hat es geraten. Warum ist der Grotzi blau? Warum ist der Grotzi blau? Michi zeichnet mich immer blau. Michi zeichnet mich immer in Rot. Ich hab mir das jetzt euch nicht übernommen. Tomatenkopf-Haberst du vielleicht immer in der Augen kommen. Blauer, schwarzen, blau Apfel-Sandwich. Sicher Slashy. Ich hab das Slashy gezeichnet. Ich hab gerade die Insel schon genau gezeichnet wegen Schlechtheit und Blatt. Aber, aber... Gerechtigkeit! So geil! Das ist gut, das ist gut. Das soll ich nicht. Oh, Alter! Das Slashy, der war geil. Der war geil. Der war geil. Oh. Oh. Apfelsstuhl kommt nicht. No. Gotti. Gotti. Zustellung heute. Ja. Er kommt die Bocke. Apfelsgestellter Stuhl kommt nicht an. Ach. Ach. HÄH! Ach, ich hab das DHL gar nicht gelesen! What the fuck? Er schießt ja. Wenn nun eigentlich? What the fuck? We ran! Du bist das... We ran! We ran! Beim Slashy, warum redest du nicht? Ich hab das DHL... Oh, ich hab das DHL nicht gelesen. Apfel spricht zu seinen Wählern in Nürnberg. Oh no! Oh no! So hat das angefangen! Was? Hübeck wählt mich! So hat das angefangen! Apfel bei den Nürnberger Prozessen. Was? Ich hab keine Ahnung... Das hat's sein! Was? Was? Ne, ne, ne! Darf ich nicht! Ich sag mal so! Ich dachte, ich denk was du warst! Das ist das! Apfel erhängt sich in Nürnberg. What? Wait! Warte mal ganz kurz! Warte mal ganz kurz! Warte mal ganz kurz! Was denn? Scheiße! September 35! Apfel, wie passt das mit September 35 zusammen? Ich hab da... Ich hab da eigentlich an die Rede vom Adi gedacht! Ach so, die Idee ist das Riegel! Ey, das hatten wir doch schon mal! Ja, das hatten wir mal mit schon und ich hab's wiederbekommen als Erster! Was? Das sollte das da sein! Ne! Das ist die Idee der Lehrerin oder die Wa... Nee! Nein! 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 Warum hab ich denn Spaß? Was? 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 Wo siehst du da dich? Ich bin rot! Ich bin rot! Du hast einen Apfelkopf! Du hast einen Apfelkopf! Du hast einen Apfelkopf! Du hast einen Apfelkopf! Ich hab mir richtig Mühe gesehen, du! Mir gefallen die Armbinden! Apfel und Roti sind das Dreamteam! Nein! Easy! Ist durchgegangen! Nice! So fast! Ich muss den Roti was rüberschicken! Wollen wir kurz gleich wieder schauen! Und warum ist Apfel gegangen? Papa? Na den ersten beiden!